Guck mal, wie süß das guckt. Jetzt reinzweig. Gerne. Ich bin schon hoch, dass man da so hinterfällt. Ich glaube, das ist auch längstens eben schon hier. Hier musst du jetzt wirklich auf die Straße gehen. Ich gucke hier auf die Straße, aber ich kann es ja auch nicht vermeiden. Nein. Aber du hältst dein Lenkrad auch fest. Ich halte es fest. Super, guckt schon wieder einer. Na, das sind jetzt die Herbergseltern, die uns suchen. Guck mal, der hat doch so Füßchen, die so wollig sind. Kein Wunder, dass man hier mit Abendessen hat. Stell dir mal vor, du müsstest denn zum Abendessen fahren. Oh Gott. Ich finde das schon. Stell dir nach vorn. Parking. 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 Ja, stell dich doch mal dahin. Ja, stell dich doch mal dahin. Nee, das muss. Nee, das muss. Ich muss nur abwarten irgendwie lang. Ach. Ja, stell dich doch mal dahin. Ja. 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 Dann denkst du ja gar nicht, dass das jetzt Meer ist und so fit? Schnapp. Wir haben hier die Tücher. Ah. Ich habe die Tücher. Ich habe die Tücher. Das ist ein Tücher.